Hi Peter, ich hab schon eine Weile nichts mehr von dir gehört, da dachte ich, ich ruf mal an. Das war's schon. Hab dich lieb. Hier ist deine Mutter. Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast, zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir hier im Studio, die Kate, hallo. Hallo. Chris, hallo. Chris. Hallöle. Und ich bin der Erik, hallo. Hallo. Jo, wir haben wieder Filme für euch, liebe Hörer. Zum Beispiel eine Sneak Preview, einen ganz, ganz neuen Film, wo ich nicht mit war. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich hab da schon während des Films hier Aussagen gehört, wie den musst du gesehen haben. Das ist so das Größte überhaupt. Da fielen so Worte wie Oscar-Kandidat und so. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann haben wir so im Heimkino noch ein bisschen was geschaut. Und ich hab tatsächlich auch mal ein neues Game, was ich mal vorstellen möchte. Und damit's nicht so lange dauert, fangen wir doch einfach mal an. Chris, wie ist denn der Sneak Preview-Film Gloria, das Leben wartet nicht? Gloria, ja. Also, ich hab jetzt gerade noch mal rausgefunden, dass es wohl ein Remake ist, dieser Film. Ah ja, doch. Ne, doch nicht. Also, da muss man ein Remake sein. Gloria, das Leben wartet nicht. Wir lernen Julian Moore kennen als Gloria. Ja, die, wie alt wird sie sein? Ich glaub, Mitte 50. Geschieden. Äh, zwei Kinder. Und, ja, der Kontakt zu den Kids ist jetzt nicht so berauschend und so gut und so arg. Und sie fühlt sich halt sehr alleine. Sie ist arg alleine auch und hat auch Angst vor diesem Alleinsein. Und sucht ihr Wohl dann bei Tanzveranstaltungen, weil Gloria so gerne tanzen geht. Und, ja, sie möchte damit einfach der Einsamkeit ein Stück weit entfliehen. Beim Tanzen lernt sie dann Arnold kennen, John Turtoro. Der ist auch geschieden, hat allerdings auch noch zwei Töchter, die ständig beim Anrufen fühlt sich auf, als seine Ex-Frau noch zuständig. Und dementsprechend, ja, kriegt ständig Telefonanrufe, springt dann auch immer. Ist alles so ein bisschen eine komische Beziehung, die sich da entwickelt zwischen den beiden. Weil beide halt ihre Marotten, ihre Macken haben. Und, ja, kommt dann zu so einem traurigen Höhepunkt bei der Geburtstagsfeier von Glorias Sohn. Der wird gespielt von, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ist das nicht der Asina? Ja. Ja, genau. Genau. John Cena. John Cena. Nee, Michael Sarah, so rum war es. Ja, Michael Sarah. John Cena. John Aston spielt auch noch mit, sehe ich hier, von Herr der Ringe. Ja, ja, aber auch nur ganz kurz. Und, ja, ich meine, die Geschichte des Films ist auf einem Bierdeckel erzählt. Punkt. Einsame Frau, einsame verlassene Frau sucht Anschluss, findet Anschluss, läuft nicht alles so, wie es sein sollte. Ganz viele Tanzszenen, ganz arg viel Gespräch, ganz arg, oder auch nicht Gespräch, dann einfach nur Julianne Moore hockt im Auto und singt während der Fahrt. Und das wird ausgedappt bis zum geht nicht mehr. Das ist einmal ganz nett, beim vierten Mal nervt's. Ja, und die große Frage ist natürlich auch, muss sie sich das gefallen lassen, was da mit ihr passiert ist? Oder was da passiert bei dieser Geburtstagsfeier des Sohnes? Ich tue mir wirklich arg schwer, dem Film ein Stück weit was Gutes abzugewinnen, weil ich wurde von der ersten Sekunde an nicht warm mit dem ganzen Film, nicht mit den Darstellern, die fand ich aber als John Cena auftrat, nein, natürlich Michael Sarah auftrat, habe ich kurz gedacht, Ah ja, vielleicht entwickelt es sich jetzt in eine gute Richtung. Dem war leider nicht so. Regisseur ist Sebastian Lelio, der hat auch schon einen Oscar gewonnen. Ach Quatsch, für was denn? Warte mal, dann gucke ich mal nach, oder? Keine Ahnung, ich weiß nur das, aber ich gucke auch nebenher. Best ausländischer Film oder sowas, vielleicht. Ja, weil... Ein Oscar, hier steht jetzt, warte mal. Ja, Best Foreign Language Film, genau, bester ausländischsprachiger Film für eine fantastische Frau. Una mujer fantastica. Yeah. Ja, also wie gesagt, und ähm... Das ist zum Beispiel eine traumhafte Zusammenfassung. Ich glaube, die ganzen Hörer sind jetzt schon eingeschlafen. Ja, ich weiß nicht, was man so groß sagen soll, außer dass die... Es ist ein Film für Frauen Mitte 50, die sich da drin wahrscheinlich wiedererkennen, ja. Die Kinder sind aus dem Haus, Mann ist geschieden, sie ist halt alleine. Da gibt es bestimmt ein Publikum, die das mitschwebern kann, mitfühlen kann. Okay, aber ich weiß inzwischen, dass das Original kommt aus Chile, so viel weiß ich inzwischen. Ja, da wird es vielleicht sein eigener Film gewesen sein, den er neu aufgelegt hat, oder? Es könnte erst noch sein. Es ist halt, ja, ähm... Es ist nackte Haut zu sehen. Von Julian Moore. Ja. Na, schön, danke auch, ey. Naja, das war aber noch mit das Beste eigentlich im Film. Ähm... Und... Ja, ich fand ihn ganz... Ah, es tut mir ganz arg leid, ich weiß, dass ich gerade die falsche Gruppe bin. Von Menschen, für die der Film ist. Ich fand ihn unfassbar belanglos. Und diese Angst, oh Gott, ich bin allein. Ey, 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 ey. Also, äh, wenn man Angst davor hat, allein zu sein oder einsam zu sein, von wem kriegt man denn das eingetrichtert, dass man unbedingt mit jemandem zusammen sein muss immer? Das ist doch auch nur Gesellschaft, so ein Gesellschaftsding. Ähm, klar ist zusammen manches schöner, manches besser, vieles vielleicht schöner, was weiß ich. Aber trotzdem, dieser Gedankengang so, oh Gott, ich bin so alleine. Und äh, 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 äh. Aber da gibt es manche, die so denken, da kenne ich auch welche, die begeben sich lieber in eine total unglückliche Partnerschaft, als alleine zu sein. Ja, genau. Ich fand so die Zeiten, so Single-Zeiten fand ich, fand ich ganz okay. Also, da konntest du machen, was du wolltest, ähm, da musstest niemand Rechenschaft ablegen oder dich irgendwo abmelden und so. Das war halt auch eine schöne Zeit eigentlich, ne? Aber es gibt halt manche, die können das nicht. Die brauchen immer jemanden, wo sie sich dranhängen können. Ja, eben. Und das finde ich ja auch, das ist wieder so was, was so ein Film eigentlich auch wieder stützt, dieses, oh, wir brauchen unbedingt jemanden und, oh, du brauchst auf jeden Fall noch unbedingt jemanden und, oh, alles ist so furchtbar, wenn du allein bist. Boah, und ja, die ganzen Tanzszenen, ähm, die gingen mir dann auch irgendwann auf den Keks in der Disco. Das ist halt, wenn du es viermal siehst oder so, dann ist es so, pfff. Ach, das ist Disco-Tanz, was die da machen. Das ist nicht klassisch oder so. Nein, die sind in der Disco gewesen. Oder so Salsa oder was machen die da? Nee, die sind halt in der Disco und tanzen. Ganz normal. Aber halt nicht in der modernen Techno-Disco, sondern halt in diesen, ja. So Single-Veranstaltungen halt. Ja, und. 8,5. Für 50 Partys wahrscheinlich. 8,5 von 10. Eine intime, schmerzliche Performance von Julian Moore. Variety. Filmkritik. 8,5 von 10. Ich sag ja, ich glaub, ich bin da einfach vorbei und ich hab auch das dahinter nicht erkannt, was da dahinter steht. Ich bin auch, also es wurde ja noch so, eine der schönsten Szenen ist eigentlich, wo so ein Gedicht noch vorgelesen wird. Oh Gott. Wenn du das Meer bist, bin ich das Salz. Oh. Wenn du das Salz bist, bin ich der Leckstein. Ah, das hört ja nicht auf, das Gedicht hört einfach nicht auf. Du denkst, okay, jetzt ist es rum. Nein, es kommen nochmal zwei Zeilen. Ja, wenn du das Meer bist, bin ich ein Tropfen. Wenn du ein Tropfen bist, bin ich das Salz. Wenn du das bist, bin ich das. Wenn du Erde bist, bin ich ein Grashalm. Wenn du ein Baum bist, bin ich ein Ast. Wenn du ein Ast bist, bin ich ein Zweig. Wenn du ein Zweig bist, bin ich ein Vogelnest. Und also, äh, 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 das ging ewig, gefühlt ewig. Apropos Vogel. Gefühlt ewig, alles auslappen. Hast du gerade Vogel gesagt? Ja. Ich habe gerade Vogel gesagt. Du hast aber ein bisschen zu lang, bis du reagiert hast. Ja, entschuldigen Sie. Ich fand ihn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die schauspielerische Leistung von Julian Moore stinklangweilig. Hat mir überhaupt nicht zugesagt. Der ganze Film, die ganze Story fand ich völlig belanglos. Äh, weil... Hä? Ja, ich kann gar nicht arg viel mehr dazu sagen. Weil es... Es gibt bestimmt da draußen genügend Leute, die den abfeiern. Die den toll finden. Wenn ich das auch sehe, was steht auf den Filmplakaten, habe ich jetzt auch schon irgendwas gesehen mit, oh, Julian Moore ist so überragend gut. Und bla bla bla. Äh, ja, ich weiß auch, dass ich keine Ahnung habe von Filmen. Das ist ja nichts Neues. Aber... Boah. Ne. War überhaupt nicht meins. War auf keinster Ebene meins. Weil... Wenn man hier die Kritiken sieht von den Usern hier beim Moviepilot, da... Die gehen eher in deine Richtung. Wenn Gloria, deren belangloser Lebensalltag hier unnötigerweise zur Schau gestellt wird, in die Disco geht, gibt es in dieser Anhäufung von verschenktem Schauspielpotenzial wenigstens etwas auf die Ohren. Die ist zwar alles andere als originell bezaubernd, ist hieran aber auch mal gar nichts. Ja, also... Ja, wie fandst du denn die Kate überhaupt? Die waren auch mit. Grausam. Auch? Ich dachte, du feierst was ab. Ne. Ich bin keine Mit-50erin, die geschieden ist und ihre Kinder sind aus dem Haus. Nein, ich glaube wirklich, es gibt Publikum dafür. Das ist gar keine Frage. Und wahrscheinlich ist das auch gar nicht so schlecht geschauspielert von den ganzen Schauspielern. Aber es ist halt absolut fehlplatziert in der Sneak. Es ist kein Film für ein Sneak-Publikum. Gar nicht. Und ja, das ist halt wieder so ein seltsamer Einblick in den Leben von einer Frau. Und der führt nirgendwo hin. Ja, der führt nicht nirgendwo hin. Wir sitzen im Kino und dann kommt eine Szene und ich so, pass auf, da passiert jetzt das und das. Und was ist? Genau das passiert. Spoilert hier. Das war so vorhersehbar auch. Das war so unfassbar vorhersehbar auch, was da jetzt passiert. Brad Garrett spielt auch mit. Der Typ mit dem Baseballschläger aus The Walking Dead. Hast? Nein. Steht hier. Cast and Crew. Brad Garrett spielt Dustin. Brad Garrett ist nicht der mit dem Baseballschläger. Sauber. Das sieht doch so aus hier. Er ist nicht Negan. Sieht fast so aus. Ist er das nicht? Er ist es aber nicht. Nein. Das sieht aber sehr auf dem Bild hier so aus. Nein, das sieht doch nicht mal an. Nee, das ist mir auch so aus. Ist egal. Also fand er nicht so gut? Hör ich da raus? Nee. Wie fandst du denn die anderen? Das sind nix und welche raus? Ja. Ich gucke gerade, also überwiegend ist der echt schlecht bewertet. Der hat nicht mehr wie fünf Punkte bekommen. Also geht es von null bis fünf ist alles dabei. Die meisten geben drei und zwei Punkte. Jetzt gucke ich gerade. Ja, ich bin ein bisschen hart. Die zwei, die die höchste Wertung gegeben haben, sehen jetzt auch nicht gerade aus wie mit 50er. Ja. Aber es sind, glaube ich, Frauen. Kann das sein? Nee, der eine schon an. Hm. Ah ja. Hat auch jemand null gegeben hier. Ja, aber fünf ist auch nur mittelmäßig. Ja, es war so, na gut, der tut halt nicht weh. Aber der tut weh. Der fünf war hier die beste. Der tut einfach weh. Ich glaube, der Durchschnitt liegt da hier irgendwo bei zwei. 1,5 oder so. Darf ich noch ganz kurz, Erik, nach dem, was du jetzt von uns gehört hast und was du auch schon nebenher vielleicht gelesen hast. Ich möchte ihn nicht sehen. Nein, nein, aber die offizielle Beschreibung. Ist hier noch, was wie eine abenteuerliche Bilderbuchromanze voller Erotik und Schmetterlinge im Bauch beginnt, wo sich schon bald wichtigen Themen des Lebens wie Familie, Beziehungsfähigkeit und Verbindlichkeit stellen. Um Himmels Willen. Boah. Ja. Nein. Sie ist ein Good Girl. Nein. Nein. Nein, also wie gesagt, ich habe ihm einen Punkt gegeben und ich finde, dass ich das war gelangweilt, genervt von der Belanglosigkeit und ich war mit der Meinung nicht alleine. Sind denn, geben die wenigsten die Tanzszenen irgendwas her? Es gibt ja viele, die so in Filme reingehen, nur weil da Tanzszenen drin sind. Nein. Okay, also auf ganzer Linie versagt der Film, wenn ich das so richtig höre. Okay, werde ich mir nicht vormerken, diesen Film. Wie sehen denn die Tipps für morgen aus? Die Hinweise. Das ist der Sneak Nummer 1012 und der Tipp ist erstens, dass er in OV kommt und zweitens Brave New World. Und ist da schon irgendwas eingegangen, Kate? Da ist relativ viel eingegangen, weil allein ich zwei Tipps abgegeben habe. Es wird getippt I am Mother, dann wurde getippt Endzeit, dann Stuber, Stuber, S Kapitel 2 und Zombieland 2 doppelt hält besser. Also Endzeit habe ich ja schon gesehen. Das könnte passen. I am Mother könnte auch passen. Da geht es glaube ich darum, dass in irgendeinem Keller da so ein Roboter... Da hat man den Trailer mal. Achso, echt? Trailer? Ja, das ist mit dem Roboter, der das Kind großzieht. Genau. Ich meine, Zombieland passt auch. Ich habe ja Stuber getippt, weil das ja auch hier mit Taxi rufen und so weiter und könnte sein. Ich fände ja Zombieland 2 der Hammer. Das wäre cool, ja. Oder S2, finde ich auch gut. Na, lassen wir uns mal überraschen morgen und gehen doch mal weiter zu den gesehenen Filmen, die wir so geschaut haben. Okay, da würde ich sagen, fange ich mal an hier. Das ist glaube ich mit der aktuellere. Die bin ich sicher. Habt ihr von dem Film schon mal gehört? Schneeflöckchen heißt der. Nee. Nee? Ich nicht, nee. Ist ein deutscher Film. Ist eine wilde Mischung aus, ich würde mal sagen Sci-Fi-Film, Superhelden-Film, eine Dystopie, also Gangster-Film auf jeden Fall. Und es geht darum, am Anfang sehen wir zwei, ich glaube Türken sind das, Tan und Javid. Und die sind in dem, ja, in dem dystopischen Berlin, also in nicht allzu ferner Zukunft, wo aber alles vor die Hunde gegangen ist. Also irgendwie ist die Regierung zusammengebrochen und alles und sie suchen da nach dem Mörder ihrer Eltern und sie finden dann auf ihrer Suche ein Drehbuch und da lesen sie ihre Namen drin, so zufällig. Und sie sehen, da ist genau das beschrieben, was sie gerade erlebt haben. Also sie waren zum Beispiel am Anfang Döner essen und haben sich über die Qualität von dem Döner und was man da besser machen könnte unterhalten. Und dann lesen sie in diesem Drehbuch genau die Sachen wieder und dann sagt der eine das ja, zeig mal her. Und genau das steht da auch drin und sie treffen dann den Schriftsteller dieses Drehbuches, machen sie ausfindig und der sagt auch, ja, ich schreibe eure Geschichte, es geht ja um euch. Und so hat das Ganze so eine Meta-Ebene noch und parallel ist halt immer noch diese Geschichte, dass sie da in diesem dystopischen Berlin unterwegs sind und diese Gangster-Geschichte. Das lässt sich eigentlich nicht so richtig zusammenfassen. Ich will auch mal nicht zu viel verraten, weil der Film war ein großer Erfolg auf dem Fantasy-Filmfest und da habe ich mir das irgendwie gemerkt gehabt, dass ich den mal schauen möchte. Ich hatte immer mal geguckt, ob es den auf DVD oder auf Blu-ray zum Kaufen gibt und da hatte ich jetzt gesehen, ach, Moment mal, den gibt es ja jetzt bei Amazon Prime zum Kucken. Also ohne zum Kaufen, ohne Ausleihen kann man den direkt dort gucken. Einfach so im Prime-Paket ist der mit drin. Und da habe ich den einfach mal geguckt und der hat mich total umgehauen. Also der hat mir total gut gefallen. Es war wahnsinnig gut inszeniert. Die Darsteller, also bis auf, ja, vielleicht ein oder zwei, die ich jetzt mal nicht verraten will, die hatten wir vielleicht schon mal irgendwo anders gesehen. Aber den Großteil der Darsteller kennt man einfach nicht. Die sind aber sehr überzeugend und machen total Spaß und spielen gut und die ganze Geschichte ist so abgefahren und cool gemacht. Man muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen an diese Meta-Ebene, die da noch mit dran ist. Die kommt halt immer mal wieder, dass sie den Drehbuchautoren wieder treffen und sagen, hey, kannst du das mal so und so machen? Oder was hast du jetzt für uns? Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Was sollen wir tun? Und dann verrät er halt auch mal ein bisschen was. Und ja, lässt sich schwer zusammenfassen. Ich gucke mal, was bei Amazon Prime steht. Vielleicht haben die hier irgendwie eine Zusammenfassung, die vielleicht spoilerfrei ist in meinen Augen. Dann werde ich mal hier kurz einen Blick reinwerfen. Von Schneeflöckchen. Von Schneeflöckchen, genau. Klingt natürlich vom Titel her jetzt nicht gerade so. Also Berlin in der nahen Zukunft. Nach dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch herrscht Anarchie auf den Straßen. Die gesetzlosen Tan und Javid haben nur noch ein Ziel für den Rest ihres hoffnungslosen Lebens. Sie müssen Winter finden. Also gespielt von Gedeon Burkhardt. Den können wir mal kennen vom Namen her vielleicht sogar. Ja, genau. Weil sie nämlich annehmen, dass der ihre Eltern umgebracht hat. Und die sind bei einem Feuer ums Leben gekommen. Und sie laufen die ganze Zeit auch mit einer Kettensäge rum, weil wo sie versucht haben, da das Haus noch irgendwie freizulegen, war das so das Einzige, womit sie durchgekommen sind. Und haben gesagt, wenn sie den Mörder ihrer Eltern finden, dann werden sie ihn mit dieser Kettensäge zur Strecke bringen. Ja. Extrem cooler Film. Hätte ich nicht erwartet. Aus deutschen Landen, also die Darsteller und den Regisseur, muss man sich unbedingt vormerken, Adolfo J. Kolmerer und William James haben da Regie geführt. Ganz, ganz toll gemacht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ist das Langfilm-Debüt von dem Regisseur. Und sowas mag ich ja eh immer, wenn die noch ihre eigene Handschrift haben, so unverdorben, einfach mal so ein Ding da hinrotzen. Hier steht auch ein wilder Genre-Mix aus Science-Fiction, Thriller, Komödie, Buddy-Movie, voller skurrilen Humor und abgetretenen Wendungen. Also jedem, der Amazon Prime hat, empfehle ich mal diesen Film Schneeflöckchen. Guckt ihn euch mal an. Hat auch hier bei Amazon Prime 4,5 von 5 Sternen. Ja, aber hast du dir mal die Ein-Sterne-Bewertungen angeschaut? Ich glaube, der wird polarisieren, der Film. Das ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Maximal mittelmäßig, besser schlecht klauen, als gut selber machen. Das einzige passende Wort ist Bullshit. Ja. Unnötig und langweilig Zeitverschwendung. Nicht schlimm, wenn man den Film nicht gesehen hat. Ich meine, gerade beim Anfang, man muss sich ein bisschen an die Art, wie es erzählt wird, gewöhnen, auf jeden Fall. Das ist, denke ich mal, nicht jedermanns Sache. Aber wenn einen das irgendwie catcht, dann nimmt es einen mit. Und die ganzen 5-Sterne-Bewertungen, die ja den Großteil ausmachen, die zeigen das ja auch. Also er wird polarisieren. Ich meine, 6% 1 Stern und 84% 5 Sterne. Ja. Aber Vorreiter für den deutschen Film? Vorreiter. Steht hier. Vorreiter für den deutschen Film. Ja, auf jeden Fall. Cooles Ding. Verstanden. Wie viele Punkte gibst du ihm? Ich habe noch gar keine Punkte gegeben. Ich kann mal kurz einen Blick bei mir in Letterboxd rein. Deswegen habe ich es nicht verstanden. Da habe ich 4,5 von 5 Sternen, also nur ich gebe da 9 Punkte. 9 Punkte? Ja. Der hat mir total gut gefallen. Der hat mir total gut gefallen. Ist einfach so genau mein Ding, so locker flockig, Regie-Debüt, abgefahrenes Ding, ja. Und extreme Gewaltexzesse auch drin, was ich für einen deutschen Film nicht erwartet hätte. Totale Wendung. Du weißt eigentlich nie, was jetzt in den nächsten Minuten passiert. Im Gegensatz zu dem, was ihr gerade von Gloria erzählt habt, dass er schon wohl die Szene aufgemacht hat, wusstet, was da jetzt passiert. Du kannst dir nicht von einer Minute auf die nächste sagen, was da passieren wird. Der lässt sich so verwirrt teilweise da. Also Amazon Prime kann man nichts falsch machen, wenn man es Prime eher hat. Unbedingt mal gucken. So, ihr habt Zombieland geguckt, den ersten Review. Ja, ich habe den angeguckt, Chris hat mitgeguckt, weil ich habe mal überlegt, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Weil, also, das ist mir absolut ein Begriff und ich kenne natürlich auch die ganzen Memes und die Schauspieler und alles so. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich den wirklich geguckt habe. Und dann habe ich geschaut und den kann man bei Netflix klicken. Und deswegen haben wir das gemacht gestern und deswegen habe ich den eingeschaut. Ich glaube, die meisten kennen ja auch, um was es geht. Eine Zombie, ein Virus hat die Zombies erschaffen. Die Menschen sind quasi vom Aussterben bedroht. Und eine Gruppe von Menschen, darunter Jesse Eisenberg als Columbus und Woody Harrison als Tallahassee, kommen auf seltsame Weise zusammen und treffen noch auf die beiden Mädels Emma Stone und Abigail Breslin als Wichita und Little Rock. Und zusammen versuchen sie zu überleben. Das geht mal besser, mal schlechter. Und ich habe den Film ziemlich gefeiert. Du kanntest den dann doch noch nicht, nehme ich an. Ich kannte ihn tatsächlich noch nicht. Also, ich kannte einige Szenen. Ich kannte so ein paar Szenen tatsächlich. Aber ganz gesehen habe ich ihn nicht. Und ich fand ihn jetzt richtig witzig. Und ich hatte richtig Bock, den neuen zu sehen. Ich fand halt bei Jesse Eisenberg als Columbus, ich fand halt seine Art und Weise sehr geil. Der ist so ein Neurotiker mit seinen Regeln, die müssen eigentliche eingehalten werden. Und dann kommt halt Tallahassee daher und wirft halt alles über den Haufen und ist alles scheißegal. Und Hauptsache nur alle wegballern und Spaß haben dabei. Ja, ich fand es richtig, richtig gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Bill Murray. Bill fucking Murray. Aber auch das wusste ich, dass das passiert. Was da passiert, wusste ich, dass das passiert in dem Moment, als die mit der Idee aufkamen. Das ist genau so die Art von Film, die ich mag, so wenn es um Endzeit geht und Zombie-Film und so, dass da alles nicht so ganz so ernst genommen wird und dass man halt in der Zukunft kann halt machen, was man will und so. Wenn dann eh schon alles kaputt ist und keine Regierung mehr, dann kann man ja machen, was man will. Wenn dann die versuchen, irgendwelche Gesellschaftsstrukturen dann wieder aufzubauen und so, das ist mir das wieder. Ja, nee, keine Chance. Anarchie. Wie war Anarchie? Ja, also muss man definitiv mal gesehen haben. Was ich halt sehr, sehr schön finde, ist, dass sie quasi auch das mit diesem kleinen Namen so durchziehen, weil die Leute ja immer alle nach dem heißen, wo sie hinwollen oder wo sie herkommen. Ich glaube ja, wo sie herkommen. Und das fand ich irgendwie sehr charmant, dass die halt nach diesen Orten heißen. Und ja, hat mir gefallen. Sollte man mal geschaut haben, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Gerade auch jetzt, wenn jetzt der nächste Teil kommt. Ich muss auch sagen, dass er extrem gut gemacht war. Also, ich weiß gar nicht, von wann ist der? Von 2009? 2009. Der ist zehn Jahre alt. Okay. Also dafür war der ja richtig gut gemacht. Also muss ich echt sagen. Was ich sehr, sehr geil fand, hat er immer diese Einblendung von den Regeln, wenn die zugetroffen haben, dass die halt so auf dem Bordstein waren oder an der Tür. Und solche, diese Regeln, die er hat, sah sehr, sehr schön blutrünstig und die Zombies sahen richtig fies aus. Und die sind auch auf sehr brutaler Weise, dann haben sie ihr Ende gefunden und das war alles sehr detailliert gezeigt. Ja, der war gut gemacht. Ja, hat Spaß gemacht damals. In der Sneak hatten wir den auch. Wo das dann schon losging mit diesen ersten Szenen hier, mit den Gesetzen hier. Man soll sich immer anschnallen und schneller rennen und gut laufen können, trainiert sein. Ja. Definitiv. Ich habe auf Sky noch was geguckt. Jetzt gibt es ja den Sender Statham vs. Dings hier. Wahrscheinlich auch wegen dem neuen Hobbs & Shaw. Und da habe ich nochmal Snatch angeschaut. Schwein und Diamanten hatte ich länger nicht gesehen. Das ist auch nochmal eine Empfehlung von mir. Ein Guy Ritchie-Film, wo er damals noch gute Sachen gemacht hat. Das war kurz nach Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Auf Deutsch, Bube, Dame, König, Gras. Der auch dort läuft auf dem Sender. Snatch hatte ich jetzt länger nicht gesehen gehabt. Den anderen hatte ich ab und zu mal wieder geguckt. Ist ein echt cooler Film. Da geht es um so einen Diamantenraub und so Parallelgeschichten mit so einem Boxer, wo Brad Pitt irgendeinen so einen Zigeunerboxer spielt. Und du verstehst es überhaupt nicht. Ich habe es jetzt auch mal im Original geguckt. Das ist ja totales Kauderwelsch, was da kommt. Wohnwagen. Irgendwie immer wollen sie einen Wohnwagen haben und so. Großartiger Film. Also Snatch, Schwein und Diamanten. Absolute Empfehlung nochmal von mir. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch, glaube ich, mit den Filmen, die wir gesehen haben. Dann werfen wir einen Blick, was so Neues anläuft. In den Charts hier in Stuttgart sieht es wie folgt aus. Auf Platz 10. Drei Schritte zu dir. Auf Platz 9. Leberkäs-Junkie. Platz 8. Benjamin Blümchen. Töre. Platz 7. Abikalypse. Platz 6 ist Yesterday. Platz 5. Die drei Ausrufezeichen. Platz 4. Fast and Furious. Hobbs and Shaw. Platz 3. Pets 2. Platz 2. Spider-Man Far From Home. Und weiterhin auf Platz 1. Der König der Löwen. So, und was läuft an dem Kino? Die Neustarts, die Film Neustarts. Was haben wir denn? Vom 8. August, glaube ich. Am 8. 8. müsste es sein, ne? Der 8. 8. Da haben wir, äh, und wer nimmt den Hund? Wer nimmt den Hund? Dramedy über ein Ehepaar, das sich nach 25 Jahren Ehe in einer Krise befindet und sich in die Paartherapie begibt. Von Rainer Kaufmann mit Martina Gedeck, Ulrich Tukur und Lucy Heinze und weiteren. Und ich nehme an, es geht auch um einen Hund. Ja, den sieht man auf dem Poster. Ja. Ich gucke mal, wie der Hund heißt. Dann nehme ich derweile mal Fisherman's Friends, den wir ja letzte Woche in der Sneak Preview hatten. Deutscher Zusatzzittel vom Kutter in die Charts. Britische Feelgood-Komödie über einen Musikmanager aus der Großstadt, der allen Widerständen zum Trotz ein Chor von Fischern groß rausbringen will. Sozusagen die Fischerchöre. Mit James Purefoy. Wir haben den ganz gut gefunden. Ja, wir haben den ziemlich gut gefunden. Ich habe nicht rausgefunden, wie der Hund heißt. Berlin, I Love You. Das ist doch, glaube ich, eine Reihe, oder? Da gab es doch mehrere Filme, die so hießen. Zehn Regisseure, 20 Stars, eine Stadt. Nach Paris, New York und Rio kommt die Cities of Love-Reihe mit einem weiteren Episodenfilm in die deutsche Hauptstadt. Ah, da kenne ich die anderen. Da ist Helen Mirren dabei, Keira Knightley, Mickey Rourke. Wer ist denn noch dabei? Das ist Mickey Rourke. Ja, ich glaube, ich habe Paris I Love You schon mal gesehen. Ja, ich glaube, die Trainer so in verschiedenen Großstädten immer. Till Schweiger. Oh Gott, natürlich. Natürlich. Anne Lohre Elsner, Sibel Kekini, Max Rabe, Robert Stadelhofer. Es läuft auch noch an, so wie du mich willst. Die geschiedene Claire legt sich ein Fake-Profil auf Facebook zu und nimmt mit ihrem jüngeren alter Ego klarer Kontakt zu Alex auf, Alex und verliebt sich in ihn. Mit Juliette Binoche. Ja. Dann gibt es noch Killer Man mit Liam Hemsworth. Geldwäscher Mo und Freund Skund arbeiten an einem großen Coop auf eigene Faust. Doch dann verliert Mo bei einem Autounfall vollständig sein Gedächtnis. Da hatten wir auch mal den Trailer, wenn ich mich richtig erinnere. Mo. Mo. Mo Sist-like. Aha. Das klingt ja gar nicht mal schlecht, oder? Da hatten wir auch den Trailer. Kann mich erinnern. Es läuft auch noch an Photograph. Ein Foto verändert ihr Leben für immer. Der Regisseur von The Lunchbox, den hatten wir auch mal im Kinocast besprochen, den hatten wir damals, hat den, glaube ich, der Jan in der Pressevorführung gesehen gehabt und hat darüber berichtet, erzählt eine romantische Verwechslungskomödie über einen Fotografen in Mumbai und dessen wundervolle Muse. Okay. Ich hätte dann noch Essen im Angebot, aber das ist schon ein Drama aus Russland. Was? Drama. Darüber noch reden? Nö. Nö. Okay. Ein Sommer mit Pauline. Auch aus Russland, oder? Nee, aus Italien. Ach nee, Frankreich, Frankreich. Frankreich hätte ich jetzt eher gehört. Eine Komödie aus einem. Venice n'est pas en Italie. Venice n'est pas en Italien. Ja, der Song war mit Pauline. Sag ich noch die ganze Zeit. Wortwörtlich übersetzt, sozusagen. Natürlich, eins zu eins. Ach du Scheiße. Mit Benoît Paul-Wörde, das ist der, den haben wir auch schon in diversen Filmen gesehen gehabt. Und mit Valérie Bontemps. Ah ja. Ist so ein Sneak-Kandidat. Aber kann ja nicht mehr kommen. Ja, wer weiß. OV, vielleicht kommt der auf Französisch. Hatten wir auch noch nicht. Kann man mal machen. So, wie sieht's im Heimkino aus? Was kann man da eigentlich erwarten? Wo ist hier mein Tab? Neu auf Blu-Ray und so. Ja, ab dem 12. August haben wir, oder? Fünfter. Jetzt machen wir Fünfter, ne? Ab 5. August müsste es dann sein. Ja, Big Mamas Haus, oder? Ist das was Neues? Ist doch nicht neu, oder? Gab's. Ja, aber kommt jetzt auf Blu-Ray raus. Siehst mal. Nochmal neu. Glaubst du es ja noch nicht. Dumbo. Die Realverfilmung. Dumbo. Ja. Mit Conan Farrell und Danny DeVito. Freue ich nicht. Danny DeVito als Dumbo? Ja, so ist es. Ich glaube, der ist der Zirkusdirektor. Die Winzlinge. Abenteuer in der Karibik. Passend zu Danny DeVito. Ist eine sehr erfolgreiche Filmreihe hier mit den Winzlingen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja? Okay. Ja, und dann haben wir noch Makia. Eine unsterbliche Liebesgeschichte. Anime. Ja, trotzdem. Blu-Ray. Ja, das war es so mit den Blu-Ray-Neustarts. Und dann sind wir da durch. Also da habt ihr jede Menge Material. Wir können ja sogar noch die Streaming-Neustarts nehmen. Aber das wird, glaube ich, dann etwas viel, oder? Dann stelle ich mal ein neues Game vor, was ich gerade spiele. Games. Ich habe eine Sendung geguckt auf Rocket Beans. Da haben die ein Spiel gespielt. Das heißt Raft. R-A-F-T. Raft. Also Floß. Und das Ganze ist ein Survival-Game mit starken Anklängen von Minecraft. Fängt damit an, dass man auf einem kleinen Floß mitten auf dem großen Ozean spawnt. Und das Ganze ist Open World. Und man muss halt anfangen. Man hat nur so einen kleinen Haken. Man kann sich irgendwelche Sachen ranziehen. Irgendwelche Bretter, die da schwimmen und treiben. Da treibt relativ viel. Und dann kann man mit diesen Sachen sich das Floß vergrößern. Sachen craften. Man kann bei Inseln anlanden später. Man kann dann auch, treiben da auch andere Flöße rum, die man sich ranziehen kann. Und dann irgendwelche Kisten sind, wo man irgendwelche Sachen finden kann, die einem dann auch wieder helfen. Also man muss dann immer gucken auch, dass man zum Beispiel was zu essen hat, was zu trinken hat, sich Wasser aufbereitet und mit Angelfische fängt oder so oder Kartoffeln. Man kann dann später auch Sachen anbauen. Auf der Inseln gibt es ja viel so Palmen. Da kann man halt Kokosnüsse ernten und die dann mitnehmen und weiterziehen. Und das macht alleine schon wahnsinnig viel Spaß, weil dieses Craften macht auch viel Spaß. Es gibt da vier Schwierigkeitsstufen. Die eine nennt sich Kreativ. Das ist, wie man es von Minecraft her kennt, also völlig ohne Feinde. Kann man einfach bauen. Man hat alles zur Verfügung. Man muss nichts finden. Es ist alles da. Und alles freigeschaltet. Dann gibt es so einfach, friedlich und, oder nie, friedlich, einfach und hart. Ich spiele es gerade immer auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Denn das kleine Floß wird von Anfang an umkreist von einem Hai, der es auf einen abgesehen hat. Hier ist Hai-Alarm. Hier ist alles evakuiert. Genau. Jetzt weiß ich, warum du das Spiel so geil findest. Ja, natürlich. Hier ist Hai-Alarm. Hier ist alles evakuiert. Wie er drauf gewartet hat, endlich diese Dinger abzufolgen. Und da habe ich mir extra den Trailer von Hai-Alarm am Müggelsee nochmal runtergeladen. Der attackiert einen aber auch nicht ständig. Das heißt, wenn man dann ins Wasser geht, weil man da irgendwas bei einer Insel, also um die Insel rum, kann man ein bisschen runtertauchen. Da findet man manchmal so Schrott und sowas, den man bergen kann. Da kommt dann der Hai, da muss man vorher so einen Hai-Köter reinwerfen. Und wo es aber richtig Spaß macht, ist, wenn man das mit mehreren spielt. Man kann das online spielen. Man kann sich da über Discord auch zusammenschalten. Beziehungsweise meine Welt heißt Pirates. Wer will, kann da jederzeit spawnen. Es ist kein Kennwort festgelegt. Und ja, da landet ihr dann bei mir auf dem Floß. Und da kann man dann zusammen, da kann einer zum Beispiel angeln, der andere kann craften. Oder der eine kann einen Hai-Köter werfen, den Hai beobachten, dass der nicht kommt. Oder kann zusammen runtertauchen. Ich bin schon relativ weit. Habe schon alles Mögliche. Und das macht einfach total Laune. Es ist auch total chillig, wenn man da auf seinem Boot sitzt und da vor sich hin schippert. Und dem Sonnenuntergang entgegen. Und wenn sich gerade überhaupt nichts tut. Das ist einfach sehr, sehr entspannend. Also gibt es auf Steam gerade eine Open Beta momentan. Man kann es momentan kaufen für 19,99 Euro. Das ist ein Early Access Spiel. Oder Early Access. Open Beta wäre, wenn es kostenlos ist. Aber Early Access ist... Warte mal, ich gucke mal kurz. Das Spiel ist noch nicht fertig. Ich habe es offen hier. Es ist Early Access. Es ist Beta Open Access. Nee, Beta... Wie nennt sich das dann? Early Access. Also man muss es trotzdem aber kaufen. Es ist nicht... Du kannst jetzt schon für... Also es wird, wenn es mal fertig ist, wahrscheinlich mehr kosten wie die 20 Euro. Ja. Und du kannst jetzt noch vom Gefühl her natürlich sagen, hey, das und das findest du noch doof. Und das kann man noch verändern und bla bla bla. Und ja, ich würde da an der Grafik ansetzen. Ich finde die Grafik ein bisschen... Die Grafik ist cool. Simpel. Ja, die ist simpel. Aber dadurch kannst du halt auch... Ja, es ist halt auch wahnsinnig schnell. Kannst du alles mögliche machen. Und es sieht auch lustig aus, wie die sich immer bewegen und wenn die laufen. Und hier in dem kurzen Trailer, der hier gerade läuft auf Steam, sieht man auch, wie da so eine Kiste birgt. Ja, eben. Und das ist... Ja. Also mich hat es bisher noch nicht gecatcht. Also mir, es macht total Spaß. Man muss einfach mal anfangen. Wenn ihr 20 Euro übrig habt, holt euch das Game. Ich kann euch da auch ein bisschen helfen dabei, bei den ersten Schritten. Wenn ihr da Hilfe braucht. Ansonsten findet man sehr viel selber raus. Ich habe ja auch alles selber rausgefunden. Und es macht echt Laune. Wirklich. Also da kann... Was ist denn das Ziel des Spiels eigentlich? So weit bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie... Man kann... Ich habe mittlerweile auch Kupfer schon entdeckt und gecraftet. Und man kann dann auch Leiterplatten machen. Und ich habe im Kreativmodus gesehen, man kann dann auch so Funkgeräte bauen und sowas. Vielleicht... Ich weiß nicht, was man dann kann. Vielleicht kann man dann irgendwann Rettungen anfunken oder irgendwann. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht im Endgame. Also ich bin... Bin momentan 44 Tage im Spiel unterwegs. Ich habe da einen Kalender mir gebastelt. Auch gecraftet. Und er zeigt mir mal an, wie viele Tage ich schon unterwegs bin. Und es macht echt Spaß. Es ist... Ja. Mehr kann ich... Weiß nicht. Es ist halt ein Survival-Game auf einem Floß und man kann alles mögliche bauen. Und es sieht cool aus und coole Mechaniken und coole Sachen zum Entdecken und Craften. Ja. Soviel dazu. Raft heißt das Game. Raft. R-A-F-T. Holt euch das mal. 19,99 Euro. Und dann könnt ihr die Welt-Pirates zum Beispiel joinen, wenn ihr wollt. Ich werfe mal noch einen Blick in die Amazon-Käufe der letzten Woche. Für alle, die uns hier unterstützt haben. Oh, ein Multifunktions-Schwertständer. Okay, das ist jetzt geil. Eine Halterung, wo man irgendwelche Katanas aufbewahren kann. Ein Devolo, DLAN, PowerLAN-Kit, hier, wo man über Stromleitungen übertragen kann. Carry-Kitten-Katzenfutter. Carni-Kitten-Katzenfutter. Oh, für eine Einjahres... Nee, für Katzen bis ein Jahr. Ich dachte, das wäre die Einjahresration. So, was ist das? New York 2140, ein Roman. Aha, der Meeresspiegel ist angestiegen und die Straßen des Big Apple haben sich in Kanäle verwandelt. Aha. Äh, was ist das? Adidas Herren-Sportjacke. Okay. Äh. Perry Roden, der Geist von Hellgate, ein Buch. Ähm, ein USB-C-Adapter. Rewind, Replay, Rebound. Eine CD von Wallbeat. Ja. Und nochmal ein Schwertständer. Oder hat jemand mehrere Katanas? Ich hoffe, das ist jetzt keiner aus dem Stadtteil hier in Stuttgart, der da... Ah, ich jetzt aber... Der sich das hier bestellt. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die hier was eingekauft haben. Ich hoffe, ihr habt euch da jetzt wiedergefunden. Sonst nicht verzagen, nutzt die Amazon-Affiliate-Links oder die anderen Unterstützungsmaßnahmen oder unterstützt uns auch mental mit Kommentaren, mit Weiterempfehlungen. Dieses Podcasts sind wir auch sehr dafür zu haben. Habt ihr noch irgendwas? Äh, nö. 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 Dann warte einfach ab. Dann warte einfach ab. Die machen dir dann noch ein paar gute Angebote, dann bleibst du da wieder dabei. Ich glaube nicht, weil ich hatte ja auch einen sehr netten E-Mail-Austausch mit denen, weil... Äh, die haben ja noch... Jetzt kommt hier noch unser Dankeschön zum Saisonstart. Hahaha. Die haben... Die machen mich echt wahnsinnig, weil ich wurde ausgesperrt von Sky mit meinem Pin und... Äh, konnte dann allerdings das nicht telefonisch regeln, weil dieser Service telefonisch eingestellt wurde. Und dann habe ich das versucht per Mail zu regeln. Und habe dann, äh, einen Anruf wohlbekommen. Aber es war dann sehr schön, weil ich habe dann bekommen mit Guten Tag, Herr Bendell. Also alles gut geschrieben. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ihr Anliegen hätten wir gern persönlich mit Ihnen besprochen. Leider haben wir sie telefonisch nicht erreicht. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche. Freunde, grüße Sky-Team. In der Zwischenzeit hatte ich das allerdings bei Twitter auch schon geschrieben und dann habe ich es gelöst. Und ich habe dann, äh, denen drauf geantwortet mit Guten Tag, Sky-Service-Team. Also auch alles groß geschrieben. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Gerne können wir mein Anliegen persönlich besprechen. Das war meine Intention. Leider war das bei Ihrem Service in Anführungszeichen nicht möglich. Rufen Sie mich doch bitte an und doch mal... Und nachdem ich weiß, dass Sie anrufen, erhalten Sie eine Information, die nicht länger als 15 Sekunden dauert. Ähm, weil jeder, der mal bei Sky angerufen hat, kommt nämlich, die nachfolgende Information dauert nicht länger als 15 Sekunden. Kennen Sie schon den Sky-Freunde-Bonus? Blablabla. Und du denkst dir nur so, alter Verwalter, hey. Ich habe Ihnen dann auch noch eine angenehme Woche gewünscht und habe tatsächlich mit einem Mitarbeiter von Sky gesprochen inzwischen auch. Also nicht nur bei Twitter, sondern auch mit ihm telefoniert. Ähm, habe leider zu spät erkannt, dass es Sky ist. Sonst hätte ich ihm die 15-sekundige Ansage noch gemacht. Ob er eigentlich meinen Freundeservice schon kennt. Und der wollte dann... Da sagt er dann eiskalt zu mir, ja, Sie wollten einen Rückruf. Und ich so, äh, hallo, ihr habt gesagt, ich soll anrufen. Du hast versichert. Ja, warum geht's denn? Und ich so, ich möchte mein Abo kündigen. Oh, okay. Das war dem scheißegal. Hat er wieder aufgelegt oder was? Ne, aber ich habe jetzt die schriftliche Bestätigung, deswegen, ja. Mal gespannt. Vielleicht nehmen wir mal hier eine 15-sekündige Werbung für den Kinocast auf, die man dann aufzeichnet. Und in dem Fall dann einfach einspielt. Ja, wenn Sky anruft, dann einfach ganz kurz. Genau, warten Sie mal einen kleinen Moment so. Ja, kennen Sie schon den Kinocast, das hier so eine röchentliche Kinosendung hielt? Ja, also, ah. Ja, es ist halt trotzdem, die haben halt bloß blöderweise die ganzen Sportsachen und so live. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Auch nicht mehr wirklich, also. Naja, jetzt haben sie ja mittlerweile wieder alles Mögliche mit drin. Ja, aber das kannst du mittlerweile alles über Amazon und den Neurosportplayer auch ziehen. Über Amazon? Oder über The Zone oder was weiß ich. Das brauchst du doch alles gar nicht mehr. Über Amazon? Das Sportpaket. Und The Zone? Nee, Amazon nicht mehr. Und The Zone hat es auch nicht live. Die haben bloß danach, die Zusammenfassung. The Zone hat doch die Eurosportrechte gekauft. Ja, für die zwei, drei Montagsspiele, die es hat. Und für die Freitagsspiele und für die Relegationsspiele. Ja, also ich sag mal so, wenn du Sky gekündigt hast, die rufen dich ja noch zigmal an. Und dann machen die dann irgendwann einen unverschämt günstigen Preis, der dann in der The Zone Netflix-Region liegt. Und dann, pff, für das Geld kann man es machen. Ich bin gespannt, ich glaube noch nicht dran. Aber bei mir hat es funktioniert. Dann machen wir wahrscheinlich einen guten Deal mit der Telekom. Bei mir hat es funktioniert. Ich darf jetzt leider nicht sagen, was ich habe, aber kann ich dir so mal sagen. Und da habe ich gedacht, okay. Du hast einen Vertrag unterschrieben, dass du es nicht sagen darfst. Nee, die haben halt gesagt, man soll es nicht da so breit treten. Aber das, ich sag mal so, wer weiß, was Netflix kostet, in der Region liegt es. Ja, aber das ist ja oft so. Ich meine, das ist ja bei Handyverträgen genau so. Und ich habe Cinema, Bundesliga, Go, alles drin. Ja, abwarten wir es mal ab, was passiert. Ja, ja, musst du bis nächstes Jahr warten. Und ich sage mal so, dafür kann man es lassen. Nehmen wir da jetzt hier noch andere Geschichten. Ja. Na gut. Ich bin gespannt, gut. Ja, wenn sie jetzt noch Eishockey hätten, dann würdest du sowieso dabei bleiben, oder? Nee, das habe ich ja bei der Telekom. Ach so, Magenta Sport. Na, Magenta Sport habe ich jetzt erst mal wieder gekündigt gehabt. Da kommt jetzt erst mal nichts, was mich so wahnsinnig interessiert. Oh ja, okay. Dann hoffen wir, dass morgen was Gutes kommt. In der Sneak Preview. Damit wir nächste Woche über einen besseren Film als heute reden können. Besseren Sneak Film, sagen wir so. Und wünschen euch eine schöne Woche, liebe Hörer. Und hören uns dann frisch und munter nächstes Wochenende wieder. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Doh. So. 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 So.